Keine Pautstraße. Vertraue. Oh Hasi, was das jetzt konnte man sich leisten. Die sind nicht neu. Nein, die sind alt. Glaub mir, das täuscht. Das täuscht, oder? Das täuscht, ja. Ich guck gerade mal in den Päckchen hier. Ja, bei dem, hm? Schon verblasst. Das ist ab 2010. Das ist ab 2010. Das ist ab 2010. Ich guck gerade mal in den Päckchen hier. Hey, ho. Ich bin heute mit meiner Freundin und Kai von Verlassene Orte KP Pictures in einer ehemaligen Blockerei und daraufhin einer ehemaligen Diskothek mit sehr viel Gelände und wir versuchen in die Häuser mal hineinzukommen und wenn nicht, dann klappt es nicht. Auf jeden Fall, es wird spannend, ästhetisch wunderbar und Leute, ihr würdet euren zweiten Frühling bekommen, wenn ihr das seht. Wie habt ihr noch die Zeit bei mir? Nein, warum? Es ist wirklich sehr lieblos. Tja. Hier wurde, wird, wollen, können, würden renoviert werden. Hier haben wir die Bild. Von 2008. Es ist ästhetisch hoch 10. Uns, 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 uns. Echt? Hey. Warte. Pflegebett. Das sieht aus... Das sieht doch sauber aus. Ja. Ich wette mit dir um 100 Euro, dass du nicht drauf kommst, was da drin steht. Keine Ahnung. Was steht da drin? Pflegebett. Pflegebett? Pflegebett. Mit Decken. Okay. Okay. Genau über dir in dem Raum steht ein Bett. Ja? Ein Pflegebett. Mit... Oma drin. Da hab ich was gedacht. Das ist eine Idee, wo man sagt, wow. Finde ich echt jöt. Also das ist, kurz gesagt, mal Upcycling, was man hier betrieben hat. Was macht ihr? Ja. Mach Video, ja? Bild. Bild? Pau chat 무, ja? Pau chat tut hin. Dissert. Ja, okay. Mach ich. Das ist so ein东ich. B İstanbul Schlau hatem Pautstrauß. Ich war traurig. Aber was Besseres konnten wir uns sich leisten. So eine Zicke. Auch wenn es jede Erzieherin denkt, oh ist der putzig. Nee, der ist ja schon über 18. Also, sieht nur ein Junge aus. Danke. Ich hab jetzt die Akos gespalten. Achso. So, das Ticke wäre eigentlich das. Das sind aber schöne Kletten. So, was wir uns nicht mal sehen sollten. Die zweite Bute ist sehr umstritten. Ob wir dauerhaft drin kommen, weiß ich nicht. Aber da müssen wir mal schauen. Wenn nicht, dann bleibt es jetzt mal. Ich sag jetzt mal bye-bye. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss Haus. Schüss. Untertitelung. BR 2018